Musik Musik Ja, liebe Zuschauer, wenn Sie wissen möchten, wer wir sind und warum wir mit diesem tollen Servicewagen, mit den Bellabots und dem Hollabot arbeiten, dann schauen Sie sich gerne das zweite Video an. Ja, grüß Gott bei uns im Best Western Plus Co-Hotel an der Obermaintherme. Ich freue mich, dass ich heute Ihnen so zwei Worte sagen darf zu unserer Entwicklung nach der Pandemie. Wir sind ein Haus mit 270 Betten, drei Restaurants, 90 Mitarbeitern und wie es wahrscheinlich wie in den meisten Häusern auch so der Fall war, haben wir nach der Pandemie viel zu wenig Personal gehabt für die große Anzahl der Gästen, die zu uns gekommen sind. Also haben wir uns natürlich überlegt, was gibt es für Lösungen, wenn wir keine Fachkräfte finden. Auf der Suche im Internet sind wir dann auf die Firma Dick Panda gestoßen, die digitale Helfer für den Servicebereich anbieten. Gesagt, getan, Referenzbetrieb mit dem Küchenchef und der F&B-Managerin angeschaut. Ja, und schon standen ein paar Wochen später drei Bellabots und ein Hollabot bei uns im Haus. Natürlich haben die Mitarbeiter im Vorfeld viele Videos gesehen, damit sie sich schon mal damit so ein bisschen anfreunden können. Sie haben unsere digitalen Helfer begeistert aufgenommen. Und das Spannende eigentlich dabei war auch, dass unsere Gäste trotz Co-Hotel, trotz fortgeschrittenem Alters nur noch mit ihrem Smartphone rumlaufen und wollen diese Roboter fotografieren und filmen. Etliche sind enttäuscht, wenn wir ihnen noch persönlichen Kaffee bringen, weil sie sagen, Mensch, wir haben uns eigentlich auf die Roboter gefreut. Ja, wie soll es bei uns weitergehen? Und das Ziel ist, diese Robotik weiter auszubauen, auch da mit dem Unternehmen Dick Panda in München. Denn der nächste Schritt ist, dass wir Saug- und Wischroboter bei uns einsetzen möchten. Gut, auch natürlich für die Außenanlagen, Rasenroboter. Aber wir haben jetzt wirklich festgestellt, die Akzeptanz bei den Gästen ist da, die Akzeptanz bei den Mitarbeitern ist da. Und so sind wir da extrem guter Dinge. Und das ist eigentlich das, wo es drauf ankommt. Ich kann Ihnen nur empfehlen, gucken Sie nach vorne. Wer Interesse hat, sich das mal bei uns live anzuschauen, ist herzlich eingeladen. Gehen Sie einfach auf unsere Website www.co-hotel-stapelstein.de Vielen Dank, viel Spaß und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Bis zum nächsten Mal.